Da unten ist Wasser, kannst du... Nein, einmal hin, einmal hin, alles drin. Einmal hin, gar nichts drin, ne? Wahrscheinlich Drogen. Und wieder ein Verweis auf Druggle Bay. Leute, das ist mir wieder. Und, ähm, ja, jetzt in der... Mist, ich hab grad Aufnahme beenden gedrückt. Okay, ich, äh, ich vervollständige ihn. In der nächsten Runde mit Tobi und... Reinkommen. So, da sind wir wieder. Los geht's. Warte, ich, ich, ich muss mich jetzt tot lachen. Ich, ich hab Stahl und das... Ich hab die... Los geht's. Ja, immer noch. Ja. Drei, zwei, zwei, eins, Teewurst. Tee, Wurst. Holschwert. Nein. Mein nächstes ist noch gar nicht aufgegangen. Ich hab... Ach, Scheiße. Ich hab zwei Holschwert. Komm, wir... Ich hab ein Holschwert. 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 Wir gehen da lang. Holschwert. 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 Danke. Nein. Okay, komm jetzt. Wie lang, wir rennen hier lang. Okay. Okay. Natürlich, immer doch. An der Außenseite ist ja eine Burg oder sowas. Also. Kann ich mich noch dran erinnern. Was ist da vorne? Welche? Ich hab hier mit Ohren lang nicht mehr gespielt. Das ist die erste, ne? Ja. Ach, der war Reise. 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 Da sind... Da sind... Da sind... Da sind Leute. Hier unten ist nichts. Da ist das Mike. Der hat Eisenschwert. Gut. Ich hab's. Nee, ist schon wieder rausgeflogen. Ja. Na. Mh... Brauchst du noch irgendwas? Benja? Ich hab dich spektrierteig. Oh, ich hab... Ich hab dich getötet. Da... Nimm. 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 Das ist ja schon auch mit dir. Ähm... So, warte... Ich kann jetzt nur... Ich kann jetzt nur raten, wo ihr seid. Du kannst, äh, shift und dann klicken. Shift und klicken. Ja. Ah. So, äh, wo gehen wir hin? Keine Ahnung. Ich tue es einfach mal so, als würde ich mitspielen. Da hinten sind welche. Die machen Team. Genau, er ist gerade der Kommentator hier, ähm... Ja. Ja, also jetzt hier, wir gehen hier Richtung See. Oder Richtung Meer. Keine Ahnung. Bist du das auch mal auf? Naja, ich... Äh, Tobi, wir können übrigens keine Pilze abbauen. Das musst du mal ändern. Das Fentop und Andi. Fentop und Andi. Die kriegen wir jetzt zusammen tot. Tobi, das musst du noch ändern. Ja. Was? Dass man Pilze abbauen kann. Achso, ja, kann ich noch ändern. Wenn du mir zeigst, wie das geht. Ja, okay. Oh. Auf die drauf, komm. Schnell. Ja, ich muss eben... Ja, und, ähm... Ich entschuldige mich, das war vielleicht gerade ein wenig. Das ist deswegen, weil der nicht dafür ausgelegt ist und dass viele Leute hier drauf kommen. Das ist ein 100-Flots-Server. Hahaha. Das ist ein V-Server. Ich könnte hier drauf auch 10.000 Slots machen. Das ist ja kein richtiger Games-Server. Hol ihn dir. Du hast ihn dir genehmt. Ja, immer doch. Okay, noch gegen Max jetzt. Soll ich Lernperle benutzen? Max wird sterben. Mache ich auch. Bäm. Und... Jetzt... Ich bin hinter ihm. Ganz, ganz episch. Wenn man unten ist, hat man eigentlich mehr Glück. Also... Ähm, ich besiegt. Oh, scheiße. Ich hatte aber wirklich kaum noch Leben. Ich höre mal eben deine Sachen so. So, Luca, aber es ist Max, wer gewinnt. Hahaha. So, spannend. Äh, was? Hallo. Scheiße. Es gespektiert, eins zu machen. Hey, renn nicht weg. Oh, das ist Lehm, Junge. Hahaha. Äh, Kritiker. 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 Hey, bleib stehen. Ich mache jetzt hier so eine... Kamerafahrt. Viele Leute leben noch. Warte, äh... Slash List. Jetzt. Was seid ihr alle hinter mir auf einmal? Hey, Alpha, ich seh dich. Warte mal unsichtbar. Hey, was? Der haut mich. Geh weg. Wo kommen die Rüstung genau? Genau. Oh, der soll es weg treten. Das ist ein totales Cheating hier. Und der quitt. Ich weiß. Ich weiß. Verzauerte. Geh weg. Es gibt eins. Hey, alter, der haut mich. Sag ihm alles weggehen. Alter, der hat, der fliegt auch noch. Höhe? Weg. Ey, ich werde von wem? Der ist sonst nicht wahr. Man sieht den aber. Ey, der nervt. So, ähm... den muss man in die Tasse ziehen. Ey, hör auf. Kannst du mir irgendwie wegporten zufällig. Dem akumen. Ganz kurz vorhin nicht. Ich kann ihn nicht. Ich kann ihn nicht. Okay. Oh Gott. Euch ein bisschen weg wird. Auf den anderen. Wo sind die anderen? Keine Ahnung. Ich habe die Kuh. Das ist ein Schaf. Ach so, ne, das ist kein Schaf, das ist eine Kuh. Das ist eine Kuh. Das ist eine Kuh. Das ist eine Kuh. das ist es auch nicht genug ist geflogen ist geschwommen es raus schon wieder um die röcke die johanns so erledigt ausgesehen hat gemut ist geschwommen kann aber auch ein vogel gewesen sein ich kenne mich als stadtkind nicht so aus es lebt noch muck plane 1234 j tag oder j tag und diese marke die ist grausam so eine real marke ich sitze da unten das wasser kann ich mir hin einmal hin alles drin einmal hin gar nichts drin wahrscheinlich drogen und wieder ein verweis auf druggel b so er muss ich jetzt hin ihr runter springt sieht er jemanden so werde ich da ist nur noch zwei da aufzugucken wo ist der seht ihr den zufällig ja muss auch die blitze achten ja ich sehe aber keine Worte mehr der ist auf dich gegangen toll ich guck einfach mal nach da hinten lol was ist das ein riesiger blog tp f du spektierst ja auch gerade da ich habe sie gesehen ich habe sie gesehen tpf muss in der riesige blog mache 55 und dann guck hinter dich bewegt dich dass der kiste das ist eine kiste das ist eine kiste luca luca du läuft zur kiste weg doch es ist ein solcher so dass er geht es der blog diese kiste also es war nur gerade das am back von mir es auf die stoff gegangen mit mir denn meine und da renn ich mich nicht hin n was schnell mit einem eisenschwert ich wollte sie zu töten wer hat er doch das mal blitze guck mal alter wie heißt er hat man stehen hier kriegst ein bisschen getreide ja geil wie heißt er denn der drin ist keine ahnung guck mal bitte ähm muck plane oder so muc pl1 der muck auf ich sehe ich sehe er hat also sie hat steinschwert und haut ab ist im wasser ey das ist ja hier wir wollen äh ghosting und so ne er geht auf eine insel ja ich glaube ich war so welche tobie geh ran erzählen ruhig hier rein hier ran gleich 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 ja ich versuche mal schnell zu tippen weil ich ja schnell tippen will nicht immer noch auf das ist ja der glaskuppel bei einer insel nimmst du immer noch auf ne ich nehme noch auf siehst du nicht verstößt das verstößt ich einfach ein paar ziel siehst du mich hast schon ein bisschen ich habe nur muck plane muck plane ach ich weiß es dahinten auf der insel oder oder weiß was ich hört auf zu euch hört auf aufzunehmen sehen wir ich sehe das einfach so als gestorben bin dann ja it's the final battle soja wo es wird das spannend das wird jetzt spannend alter jetzt da da muss nur da muss jetzt eine epische kamerafahrt hier durch keine musik gerade an aber ich kenne musik ist gerade nicht ausmachen es geht nicht egal das war ein paar screenshots pass auf ich sehe wo willst du der hat auch meine perle gehabt der ist der ganz hinten der ist ganz hinten one hit man hat gebrannt oh ich guck mal oh mir hat jemand was auf WhatsApp gesendet ey ich muss hier ganz kurz ja mach ruhig mach ruhig hin ja mach ruhig ja was willst du eigentlich alter wie der aussieht ne das sieht so episch aus einfach nur ja hallo ne wie geht's dir drauf da bist zufällig okay wissen wie viel leben du noch hat ja mach mal komm ich weiß mal hier so ein bisschen schmalz hier ein paar kamerafahrten da lebe aber kann man das du hier mal ne ich hab den gar nicht drin aber ich kann ja ich kann ja welche manuell machen ich hab mir gleich voll war da ich hab's gleich naja komm war oft rum hinter dir ist ne kiste toll da links nicht mehr ist der letzte hier ich versuch's abzubauen kräftig hin alter was macht der für damage total übertrieben komm mal her wie alter was hat der für damage gemacht total übertrieben slash v slash v gut ähm ich würd sagen wir gehen mal also ich bin der erst mit der Aufnahme hier gehen wir rein bis zum nächsten mal tschüss an ja Outro